Hey Leute, ich bin Max Oberüber und heute werde ich euch den zweiten Teil präsentieren mit den dümmsten Erfindungen der ganzen Welt und ich wünsche euch ganz viel Spaß, bis gleich! Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, würde ich es euch wirklich ans Herz legen, den anzugucken, bevor ihr das jetzt guckt, weil ich vielleicht ein bisschen über die Dinge auch rede und deshalb guckt euch den an und dann checkt dieses Video ab oder zuerst das und dann das. Ich verlinke es auch nochmal am Ende mit diesem I an der Seite. Viel Spaß erstmal. Ich würde sagen, dass wir mit diesem Pulli hier anfangen und du kannst halt, wenn du am Computer sitzt, also eigentlich nur am Computer, nur wenn du so einen Bildschirm hast, kannst du dir halt diesen Pulli anziehen und dann sieht halt niemand anders, was du genau an dem Computer machst. Computer. Dann sieht halt niemand, was du an diesem Computer machst, jedoch finde ich persönlich, dass es erstens extrem warm wird, zweitens ziemlich stickig, also du hast da zwar so eine kleine Luke, aber ich glaube nicht, dass sie so extrem viel bringt, drittens sieht es komisch aus, viertens weiß jeder, dass du irgendetwas heimlich da machst und deshalb ist das vollkommen schwachsinn und deshalb kommen wir auch schon gleich zum nächsten. So, jetzt haben wir hier eine hübsche Dame, die in der Bahn sitzt mit so einem, wie heißen das, Nupfding, was man eigentlich für die Toilette benutzt, was an der Scheibe hängt, dann an einem Helm befestigt ist, wo drauf steht, dass sie sie wecken sollen an dieser und jener Haltestelle, damit sie da pünktlich aussteigen kann oder eine Haltestelle davor steht, glaube ich, da drauf. Ich bin auch nicht so gut in Chinesisch oder was das auch mal ist. Jetzt kommen wir zu diesen Hausschuhen und diese Hausschuhe sind auch wirklich vollkommen schwachsinn, weil... Wenn du irgendwie ein Viech siehst oder so, dann nimmst du dir einfach deinen Hausschuh und haust da einfach drauf. Dafür brauchst du nicht irgendwie einen Stab, den du da ausziehen kannst, vor allem das nervt doch auch irgendwann, wenn du damit rumläufst und das die ganze Zeit irgendwo hinklackert. Was brauche ich, solche Schuhe, man? Alter, tschüss. So, jetzt kommen wir zu diesen Wassermelonen und diese Wassermelonen sind nicht wirklich diese Erfindung, sondern sie werden in irgendwelchen quadratischen Dingstar-Boomstars gezüchtet, damit sie so eine Form haben. Aber das ist auch... keine Ahnung, es ist doch voll egal, ob sie rund ist oder nicht. Klar kannst du sie so besser stapeln, ist platzfreundlicher, platzsparender. Aber wir essen die Melone ja eigentlich immer so, also wir schneiden die dann so, bla bla bla. Ihr macht das wahrscheinlich auch so, dass ihr dann diesen Halbkreis habt, da dann so reinbeißen könnt oder einmal so rumessen könnt. Wenn aber dieses Viereck da ist, dann kommt ihr in die Ecke nicht wirklich rein, ohne dass ihr extrem dreckig werdet. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt kommen wir zu einer Erfindung, die ich nicht haben möchte, aber eigentlich auch ganz cool ist. Nämlich dieser Regenschirm hier und du hast halt den normalen Regenschirm, hast aber dann noch überall um dich herum diese Folie oder was das da genau ist. Aber ich denke mal auch, die Luft da drin wird nicht so schön sein. Zweitens sieht es komisch aus, drittens musst du echt aufpassen, weil du halt nicht so große Schritte machen kannst, weil es halt ziemlich begrenzt ist, dieser Platz. Du kannst auch nicht wirklich mit mehreren Personen da drunter laufen und deshalb ist das nicht so cool. Außerdem, wenn du das benutzt und nicht zu Hause bist, dann musst du es irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt das zum Beispiel in die Schule mitnehmen würde, irgendwie ist meine Nase voll. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit in die Schule nehmen würde, wie soll ich das dann da aufhängen? Ich kann es nicht in meinen Rucksack packen, wenn ich es in eine Tüte packe, dann bleibt es trotzdem nass und deshalb, nein, will ich nicht haben. Aber danke für die coole Idee, liebe Welt. Jetzt kommen wir zu einer wirklich schwachsinnigsten Erfindung in diesem ganzen Video. Das ist diese Brille, die du dir aufsetzt, hast dann einen Trichter, liegst dann halt so, damit die Augentropfen ins Auge reinkommen können. Jedoch, wenn du Probleme hast, die Augentropfen in die Augen zu machen, dann wirst du auch die Augen trotzdem zumachen, auch wenn du diese Brille auf hast. Ich hatte nämlich früher, also ich wurde jedes Jahr getropft, weil ich ja eigentlich eine Brille trage, ich überlege auch, ob ich sie das nächste Mal trage, ich muss halt immer gucken, ob es spiegelt oder nicht, das ist auch vollkommen egal jetzt. Auf jeden Fall haben mich immer drei Leute, also ich war mega klein, haben mich immer drei Leute festgehalten, damit sie mir die Tropfen in die Augen machen können und wenn ich so eine Brille aufkriege, dann mache ich doch trotzdem die Augen zu, weil ich Angst davor habe. Also, hört sich komisch an, aber nee. Diese Erfindung hier ist ganz cool, weil du einfach nur bei Sonne rauchen kannst, das heißt, es würden schon viel weniger Leute rauchen. Ich finde Rauchen nicht cool und deshalb ist die ganz cool, die Erfindung, weil die Raucher dann nur im Sommer rauchen würden oder halt nur, wenn die Sonne scheint. Durch diese Lupe kannst du so einen, kannst du die Sonne durchstrahlen lassen und dann musst du den perfekten Winkel finden, damit diese Zigarette sich anzündet. Eigentlich ganz cool, aber braucht man auch nicht. Die jetzige Erfindung ist für Kinder ganz cool, eigentlich für alle, aber für Kinder erst recht, weil Kinder dann halt kein Messer benutzen müssen, wenn sie diesen Stift haben und dann ihr Toast oder ihr Brot oder was auch immer mit diesem Stift da einbuttern können, anstatt mit dem Messer, dann ist das für die nicht so gefährlich, obwohl es auch Kindermesser gibt. Trotzdem und das Problem ist auch ganz oft, dass man viel zu viel Butter raufnimmt, raufmacht und ich glaube, wenn du so einen Stift hast, dann machst du da nicht so extrem viel rauf. Also ist okay, ist okay, so. Weiter geht es mit dem Essen, wir haben jetzt diese Erfindung hier und das ist auch total schwachsinnig. Du hast halt diesen kleinen Ventilator, ist egal, ob du es jetzt an Stäbchen ran machst oder an einem Messer, an einem Messer oder an einer Gabel. Das ist halt dafür da, damit du dich nicht mehr anstrengen musst, du musst nicht mehr pusten, aber ich frage mich auch, wo ist der Sinn? Weil wenn du das hältst, ist es erstens viel schwerer, was, glaube ich, viel anstrengender ist, als einmal zu pusten. Alles klar. Außerdem denke ich, wenn du dann den Ventilator da anhast und irgendwas auf dieser Gabel hast, muss es erst mal runterhängen. Also könntest du zum Beispiel nur für die Nudeln benutzen. Zweitens würde es die Nudeln wahrscheinlich runterwehen und wenn du irgendwelche Soße dazu hast, die halt sehr flüssig ist, dann spritzt das wahrscheinlich alles noch rum. Deswegen ist das auch Schwachsinn. Also diese Erfindung finde ich eigentlich ziemlich cool. Man muss halt natürlich mit Stäbchen umgehen können, aber in diesen Stäbchen sind Gewürze. Das heißt, du drückst da und dann kommt das Gewürz raus. Zum Beispiel, wenn du jetzt Sushi isst oder so, da hast du ja diese kleinen Dinger. Sushi-Rollen. Ich esse nicht so gern Sushi, aber ich erkläre es euch trotzdem an diesem Beispiel. Wenn du diese Sushi-Rolle hast, dann nimmst du dein Stäbchen und drückst einmal, dann hast du in dieser Sushi-Rolle Sojasauce und dann kannst du es ganz leicht essen. Ich finde das nicht schlecht. Aber es ist trotzdem was, was man nicht braucht. Aber es gibt so viele Dinge auf der Welt, die man nicht braucht. Wir können ja mal uns umdrehen und gucken. Braucht man solche Dinger? Das ist einfach nur Werbung. Das ist kein Product Placement übrigens. Man braucht solche Flaschen nicht. Das ist einfach nur, weil die Leute das cool finden, so wie ich, die sich die dann kaufen und das ist einfach nur Werbung. Man braucht das alles nicht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche Flaschen ihr cooler findet, die Cola-Flaschen oder die Glasflaschen. Sieht man die? Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht ändere ich auch was und ich kriege auch bald meinen Seemann den Playbutton. Den stelle ich dann da auf jeden Fall hin. Also vielleicht kommt er irgendwann mal. Und das 100.000 Abonnenten-Special kommt auch irgendwann. Ich weiß es nicht. Und nächsten Dienstag, wenn ich es schaffe, kommt ein Frage-Antwort-Video von Snapchat, was ich jetzt drehe. Oder auch nicht. Ich muss mal gucken. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Tschüss.